Willkommen ihr Freunde des heiteren Zockens! Wir zocken heute den Rook Light Shooter Compound! Ich selbst habe das Spiel noch gar nicht gezockt, habe aber schon einige Videos dazu gesehen und bin daher sehr gespannt, wie weit wir es hier heute in dieser allerersten Runde schaffen werden. Also, hüpfen wir rein! Und schon sind wir mitten in Compound, Freunde! Und ich sehe direkt wunderbare, knackscharfe, moderne Pixel-Grafik-Optik und da stehe ich drauf. Und das erinnert mich direkt an Spiele, die wir hier auch schon gezockt haben, wie Shock Troops und Stones of Harvest, die auch alle in einem wunderbaren, modernen Pixel-Optik-Look sind und ich kann nur wiederholen, dass ich da drauf stehe. Total! Alter, ich hab's raus, ey! Wow, 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 wow! Wow, das nenne ich mal ein Riesen-Moped von Wumme! 5% Complete! Wie kann das denn sein? Ich hab doch noch nichts gemacht! Okay, was haben wir hier? Easy as Pi, Medium Rare und Hard Booth. Was? Currently selected Easy as Pi, Leute! Wir nehmen Medium Rare, also Mittel muss schon drin sein. Aber ich gucke mich erst mal hier in dieser hammergeilen Bude um. Beginn Mission und hier haben wir Shooting Range. Oh, nice! Alles klar! Ich wollte jetzt aber hier erst mal gar nicht so viel... Oh! Nice! Gar nicht so viel Zeit verballern! Geil! Soll ich dann direkt in die erste Mission mit euch springen, weil wie gesagt, ich hab schon einige Videos gesehen, das heißt natürlich nicht, dass ich das Spiel beherrsche, ganz und gar nicht. Wir werden wahrscheinlich direkt den Löffel abgeben, aber ja, ich möchte direkt loslegen. Aber wir nehmen Medium Rare. Geil, also Currently Selected Medium Rare, los geht's! Okay, wir haben noch keine WUMMix, soviel ich weiß. Beginn Mission. Dann hier ist die Practice Area, die ist noch geschlossen. Hier drin, das ist, glaube ich, alles noch gelockt jetzt am Anfang, aber hier gibt's sogenannte Mutationen, mit denen man seine eigenen Eigenschaften ändern kann, wenn ich das noch richtig im Kopf hab. Und hiermit kann man's wieder wegmachen, aber für unseren ersten Run machen wir nichts, keine Modifikation, keine Mutation, sondern legen direkt los, nehmen die Standardwumme mit und los geht's! Bin gespannt! Okay, so, also wie gesagt, Freunde, das ist ein Rook Light Shooter und wir sind in einem Gebäude und wir müssen uns von ganz unten, wie man sieht, von der Kanalisation bis ganz nach oben kämpfen, soweit man kommt. Und wenn man drauf geht, dann geht der ganze Zauber ruckleid-mäßig von vorne los. So, okay. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie gesagt, wie weit wir in unserem ersten Run kommen. Nice! Die Explosionen sind cool. Und wie gesagt, ey, diese Pixel-Grafik, geil-O-Mat, Alter! Oh, nehmen wir direkt eine zweite Wumme mit, Freunde! Nehmen wir direkt eine zweite Wumme mit! Wir sind ja nicht doof! Alright! Hallo! Ist da jemand? Öh! Okay, geil! Leute, wir kriegen ja direkt eine bessere Wumme direkt am Anfang. Okay, cool. Ziel ist es, in jeder Etage alle Gegner platt zu machen und dann zur nächsten Etage zu gehen. Okay, da geht nix. Achso, das ist der Aufzug, der öffnet sich erst, wenn ich alle Gegner platt gemacht habe. Wenn ich mal welche finde, mal statt. Wie ich sagte. Okay. Okay, weiter geht's. Wow, nice! Ach, komm, dafür mit Gülle. Okay. Hier ist sonst nichts. Okay, also bist du ja ein Gegner. Ich habe doch Mittel gemacht, oder? Weil bisher ist die ganze Zauberheer easy as pie. Aber gut, erste Etage darf man nicht vergessen. Okay, ich schie ganz schön einen weg. Boah, der war knapp. Okay. Hat das Ding denn schon? Hat der schon, Moni. Was ich jetzt gerade nicht weiß ist, wie ist das denn? Muss ich die... Ja, die kann ich mitnehmen. Klang zumindest so. Okay. Wie gesagt, ich habe bisher nur ein paar Videos gesehen und war direkt überzeugt und habe daher noch nicht so viel Plan von dem Spiel. Und deswegen tippe ich mal, dass unser erster Run auch uns nicht weit bringen wird. Okay. Aber gucken wir mal. Wir tun natürlich wie immer unser Bestes. Hä? Teleport to Elevator. Ah, okay. Es stand da eben Map Clear. Ich habe das nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Okay, diesen kleinen Weg bis zum Teleporter können wir laufen. Freunde, das war schon mal die erste Etage bzw. der Keller. Weiter geht's. Okay, zweite Etage. Okay, das ist immer noch im Keller bzw. Keller stimmt nicht. Kanalisation. Die gute alte Kanalisation. Wie immer. Guten Tag. What? Hau ab. Alter. Oh, zwei HP. Ich sagte doch, wir werden wohl nicht weit kommen beim ersten Mal. Äh. Wie geht das? Ah. Ich weiß gar nicht mehr, kann man auch irgendwie HP wieder aufladen oder war das nicht der Fall? Kein Plan, Freunde. Werden wir wohl auch noch rausfinden. Auf jeden Fall läuft der Zauber ja butterweich. Nö, nicht gut. Dumm. Dumm. Oh. Wo bist du? Wo bist du rum? Abgang. Gib mir das Ding zurück. Oh. Geil. Weiter geht's. Guten Tag. Und tschö. Ah, das sieht mir nach Energie aus. Das sieht mir nach Energie aus. Hab ich die genommen? Yes. Yes. Jetzt haben wir wieder drei HP. Das hat einen ganzen HP hat uns das gegeben. Eine tolle Wurst. Okay, wir hatten eben einen Boost, den ich nicht genutzt habe. Okay. So. Was haben wir noch? Leute, macht Spaß. Macht total Fun. Das sah schon, man sah schon in den Videos, wie geil dieses Spiel ist und jetzt mittendrin richtig, richtig geil. Okay. Guten Tag. Nichts für ungut. Bye, bye. Oh. So richtig Luke-mäßig noch gar nicht aufgeladen. So. Dann machen wir das Ding doch direkt. Hier rein, Freunde. So. Okay. Guten Tag. Und tschö. What? Das hat ja nichts gebracht. Zum Glück sind die Typen ziemlich dämlich. Zumindest hier unten in der... Na, tolle Wurst. Renn doch einfach rein in das Projektil, du. Super Noob. Ah, geil. Burger. Ah. Drei HP, Freunde. Okay. So, geh mal hier rein. Schöne Explosion, aber ich habe das Gefühl, die bringen nicht viel. Free Reload. Okay. Free Reload. Free Reload. Free Reload. Komm. Guten Tag. Und tschö. Map Clear, Baby. Okay. Wir sind bei drei HP. Wir haben die zweite Map auch geschafft. Coolio. Hier ist er. Okay. Alles klar. Aber vorher... Laden wir nach. So. Okay. Weiter geht's. Jetzt kommt die nächste Etage, die da ist. Rezeption und Sales. Verkauf. Ah, okay. Das ist so eine Firma. Wahrscheinlich ein multinationaler Konzern, der nur Böses treibt und wir werden ihn aufhalten dabei. Weiter geht's. Hammergeiles Spiel, Leute. Absolute Kaufempfehlung von mir. Hallo. Und tschö. What? What? Low Hells. Und... Und wir sind tot. Wie vermutet sind wir in der ersten Runde nicht weit gekommen und wir zocken direkt in die nächste Runde. So. Und wie bereits gesagt, es handelt sich hier um einen Rook Light Shooter und deswegen geht's wieder von vorn los. Und jetzt machen wir mal ein bisschen zackig hier. Weil... jetzt sind wir ja schon Profis. Jetzt sind wir nämlich jetzt schon. Und tschö. Und tschö. Und tschö. Und tschö. Und tschö. Äh, ab zur Map, ich meinte ab zum Aufzug, ab zur Map, so, zweite Etage von dieser Katalisation hier, hallo, nichts für Unmut, so, was haben wir hier, boah, what der, ach, muss ich da durchkicken, okay, also dafür bin ich doch nicht gut genug, Alter, na gut, hat was. Alter, komm, geh packen, na gut, du willst, kein Problem, ja, ja, mach du mit der Stroh, Brumme, ich bin ein Horst, na gut, okay, gib mir das da, das mach ich hier rein, gib dir das da schon, achso, na tolle Wurst, Okay, weiter geht's, hallo, hallo, und tschö noch, übrigens, so, ah, da gibt's Futter, weil wir sind auch jetzt gerade nicht sehr gut, 2 HP, Mann, bin ich ne Pfeife, kein Problem, wir werden schon noch warm, wir werden schon noch warm, hallo, und tschö, ha, 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 Alter, mit den Viechern habe ich nicht gerechnet, ey. Und chill. Versager. Okay. Okay, okay, okay. Helmet, 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 Baby. Hau ab. Was bist du denn für ein Typ? Nein. Das war's mit dem Helmet. Wo ist das Viech? Na, tolle Wurst. Der letzte trifft mich nochmal, ey. Okay, Helm bedeutet quasi ein HP mehr. Fantastisch. So, und somit befinden wir uns wieder in der Rezeption. In der Rezeption. Rezeption. Und los. So, Konzentration. Dieses Mal will ich weiterkommen. So, was haben wir? Okay, alles klar. Gut. Komm, wenigstens noch weiter als die Rezeption kommt, dann ist das für heute in Ordnung. Eins weiter als Rezeption, bitte. Kann doch nicht so schwer sein. Kann ich mich auch wehren. Na, komm um die Ecke. Tu mir den Gefallen. Komm. Guten Tag. Hahaha. Idioten. Leute, nochmal kurzes Fazit. Sound, Grafik, Gameplay. Geil. 100%ige Kaufempfehlung. Uiuiuiui. Tolle Wurst. Okay. Können wir den um die Ecke trick wieder machen? Pfff. 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 Okay, okay. Assault Riffle unlocked. Das war mehr Glück als sonst was, Freunde. Aber. Shit egal, Alter. Shit egal. Shit egal. Ha. Läuft doch langsam ein bisschen besser. Und chill. Mapp clear. Wie geil. Was ist hier los? So. Ruhe. So. Boah. Da geht die Gefallene Luft, ey. Okay. Glücklicherweise. Habe ich jetzt die Wurme zurückgelassen? Ist hier wohl nicht euer Ernst jetzt, oder? Ah. Egal. Da. Hol ich mir die wieder. Okay. Also Roboter kaputt machen. Aus großer Entfernung. So. Jetzt sind wir Rezeption 2. Okay. Alles klar. Jede Etage besteht aus, also jedes Szenario besteht aus zwei Etagen. Okay. Stuff only. Okay. Ja dann. Gehen wir doch hier rein. Geht nicht. Okay. Freunde. Ziel ist es, auch diese Etage noch zu schaffen. Wenigstens die nächste noch zu erreichen. Dann bin ich für den ersten Run, oder die ersten Runs zufrieden. Okay. Guten Tag. Oh. 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 Das war ja, das war ja lame. Ach. Ich dachte, das wär so ein... Ich dachte, das wär so ein cooler Roboter wie dieser andere Roboter. aber das war ein Roboter, der uns volle Möhre nicht mag. Oh. Ich bin so ein Noob ey. Okay. Okay, der Burger. Verschwindet der? Ja. Wenn ja, fänd ich echt fies. Dann würd ich ein bisschen weinen. Ah, noch so'n Typ. Ein Wunder, dass ich noch nicht getroffen wurde. Ja, lad mal nach. Idiot. Nein. Yes. Geilomat. 4 HP. Idiot. Äh, okay. Moment. Den wollte ich. So. Okay. Wie wärs denn mal mit einer besseren Wumme, Freunde? Wär doch nett. Boah. Ziemlich gut. Wo ist der Partyraum hier? Ja. Ja, ja, ja. Du kannst. Ganz ruhig. Ich mach dir diesmal nix. Ich hasse diese fliegenden Mistviecher. Okay. Läuft wesentlich besser als beim letzten Mal. Oh, da ist eine Wumme. Da ist eine neue Wumme. Ich glaub, die Scharfschützenwumme, die nehmen wir jetzt mit. Nanananana. Und tschö. Geil, dieses Scharfschützenmoppet. Hau ab. Geh mir nicht auf die Nüsse. Depp. Und tschö. Boah, das Scharfschützengerät ist supergeil. Hau ab. Ach, Mist. Komm her. Und tschö, Typ. Und tschö. Wie sieht's aus? 4 HP, aber das Ding verschwindet ja leider. 4 HP ist max, oder? 4 HP ist max. Mahlzeit. Ja, ja, beruhig dich. Höllenviecher. Oh, ich wollt... Naja, egal. Ja, ja, ja. Und tschö. Läuft echt tausendmal besser als vorhin. Was haben wir hier? Geiles Spiel, ich wiederhole mich. Ich weiß aber, das Spiel ist einfach... ...granatenmäßig. Wie sieht's hier hinten aus? Wer sieht's hier hinten aus? Sind hier noch Zampalonis? Wer will einen ab? Ach, jawoll. Einen ab. Hahahaha. Oh, Mist. Und da ist ja auch noch so ein Typ. Keine Panik. Keine Panik. Keine Panik. Wir haben... What? Na, so viel Zeit haben wir auch wieder nicht. Hau ab. Ciao, ciao. Okay. So. Da haben wir es. Aber war noch nicht Map Clear. Ne, ne, ne. War noch nicht Map Clear. Hier haben wir noch einen ordentlichen Bereich. Zu räumen. Hahahaha. Hallo. Boah, ich hasse die Viecher. Geht doch. Krachen. Was? Ey, sag mal. Boah, nerven die. Er stoppst du es. Hallo. There he is. Boah. Und chill. Huhuhu. Wie viel Schuss habe ich denn da eigentlich? Okay, vier oder was war das? Naja, egal. Und ciao. Komm, der ist Kanonfutter. Im Gegensatz zu diesem Scheißding. Map Clear. Hier. Okay, Freunde. Wir haben es dieses Mal. Alter. Diesmal haben wir es geschafft. Diesmal haben wir es geschafft. Und mit vier HP, Freunde. Mit vier. Wo ist jetzt mein Wummel? Hier. Mit vier HP haben wir es geschafft. Jetzt sind wir endlich. Wo eigentlich, Freunde? Wecking irgendwas. Ich habe es zu spät gelesen. Aber da sind wir jetzt. Wir sind endlich im dritten Bereich quasi. im dritten Bereich. Kanalisation, Rezeption. Und jetzt hier in dieser Lagerhalle. Sieht aus wie eine Lagerhalle. Okay. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Los. Okay. Okay. Hallo. Jemand zu Hause. Und ciao. Hallo. Dumm wie Brot, ihr Typen schonmal. Was ist das denn? Äh. Moment mal. Okay. Gut. Ich hatte kurz drüber nachgedacht, drunter durchzuducken. Aber das wäre hundertprozentig in die Hose gegangen. Hallo. Sehr witzig. Ist klar, Freund. Hier ist er. 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 What's that? Ah. Nehmen wir. Ach so. Ach ich. Jetzt raffe ich das erstmal. Ich kann ja nur zwei Wummen nehmen. Okay. Dann nehmen wir. Oder? Okay. Ich glaube ich probiere es mit so. Okay. Ah. Hier ist er gar nicht mehr mehr so viel. Das bedeutet doch sicher, dass es jetzt gleich voll abgeht. Keep locked. Okay. Mach ich doch direkt. Nicht. Okay. Und ciao. Hau ab. So. Okay. Es fehlt. Fehlt nicht mehr viel. Fehlt nicht mehr viel. Und wir sind mit 4 HP quasi voll Freunde. Läuft doch langsam. Geschafft. Map clear. Hab ich dafür. Äh. Muni. Ich hab. Haha. Ja dann. Freunde. Zweiter Bereich. Von dieser Lagale. Geilomat. Wacken Warehouse 2. Okay. Alles klar. Up only. Keep locked. Ja ja. Genau. Keep locked. Wir fangen hier an. Okay. Mal gucken ob wir den Bereich auch noch. Knicken Optik. Schafft. Ja ja ja. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Wo. Wo. What. Lieber nichts davon. Ah ich hatte gar keins mehr. Geilo. Okay. Nehmen wir auch mit. Okay. Ja ja. Stop. Ist klar. Alter. Nippel doch endlich ab. Danke. Guten Tag. Nice to meet you. Schön sie zu mieten. Höh. Classic. Ah warte. Ja ja ja. So sieht es nämlich aus. Alter. Ja ja. Du mich auch. Reloads for free. Machen wir das doch. Oder was. Free reloads. Jo. Okay. Alter. Entweder ich habe eigentlich nicht genau. mit der Optik. Oder die Wumme hat einen Knick. Nein. 3 HP. Du Sack. Hehehe. Dort. Da rein. Boah alter. Boah. Oh Gott. Ein Wunder, dass er mich nicht getroffen hat bisher. Na gut. Plan B. Huah. Hihihihaha. Okay. Läuft. Was? Was bist du denn? Was willst du? Oh, klar, alles klar, kapiert. Ein Burger! What? Das war's, Freunde. Das war's. Okay, ein direkten neuer Gegnertyp am Start. Alles klar. Okay, Freunde, wir haben es in den zweiten Bereich geschafft. Von der Lagerhalle. Und ja, geiles Spiel. Absolute Empfehlung. Macht Bock wie Sau. Und mal gucken, wie weit wir beim nächsten Mal kommen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Das wäre großartig und würde mir extremst helfen. Und hier sind auch weitere Videos. Die werden euch dann definitiv auch gefallen. Also guckt euch die auch an und habt Spaß dabei. Und lasst einen Daumen da. Und ihr könnt auch hier den Kanal abonnieren. Ich danke euch dafür. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hier bei Onkel Zock. Tschüssi! 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 Bucakto!